Hast du Lust auf ferne Kulturen, exotische Sesse und neue Eindrücke? Dann bist du am dreitägigen Fernweh-Festival Ende Oktober in Bern genau richtig. Schweizerinnen und Schweizer sind Reiseviertelis und haben eigentlich immer ein Latenz Fernweh. Speziell auch noch in dieser schwierigen Corona-Situation. Das Fernweh-Festival hat in den letzten Jahren im Kurs Alt Bern stattgefunden. Es ist immer grösser geworden, immer mehr Leute kamen und es ist aus allen Nähten geplatzt. Darum haben wir dieses Jahr entschieden, komm, wir weiten das Festival auf die ganze Stadt aus. Das Prinzip ist ganz einfach. In drei Tagen um die Welt in Bern. Im Zentrum stehen die Tramlinie 9, die alles Reiseroute dient. Das Fernweh spürt man in der ganzen Stadt. In Kulturlokalen und Restaurants, in Hotels, Läden, Parks und Museen. An jeder Ecke kannst du etwas Neues entdecken und dein Fernweh stellen. Der Weg dazu ist ganz einfach. Du brauchst nur einen Fernweh-Pass. Der kostet 29 Franken und dient dir für alle drei Tage als Festivalpass. Bis 16 Uhr bekommst du den sogar für nur 15 Franken. Mit dem Pass hast du Zugang zu exklusiven Fernweh-Festivalveranstaltungen und profitierst von Vergünstigungen, von Vorträgen, von Führungen, von Partys, von Konzerten, von Foodstangen. Es wartet wirklich ein abwechslungsreiches Programm auf dich. Und genau mit diesem Pass hast du während diesen drei Festivaltagen gratis ÖV hier in Bern. Bis hoch zum Gurten. Kauft dir jetzt schon die Fernweh-Pass auf fernweh-festival.ch